Verändere, übermale, irgendwas verdecke oder auch mal was dazumale, damit da eben eine andere Aussage entsteht. Weil das ja so typische Sachen sind, die man hier öfter auch macht. Also in der Art kann das aussehen oder dadurch, da muss man was so in eine andere Richtung. Und dann sind die dann auch so darauf gekommen, weil ich gesagt habe, da hat sich das hier rein, dann sieht es ja schon langweilig. Ich habe als erstes, sag ich mal, gesagt, dass ich in den Fall fand, als Bilder weiß es immer mal, wie man schon hier weiß. Und die Neugierde, also Stacheln, also in der Art. Und das habe ich dann aber so gegangen, dass ich angefangen habe, dass ich auch da hätte, dass ich das hier anders gemacht habe. Weil das dann kam dann mal. Und so. Ich nehme dann auch hier. Also, die wir auf Florenen finden, ist auch hier normalerweise auf dem Florenen. Mhm. Das ist auch ganz unterschiedlich. Also, es gibt Weltverfolge nur was. Und das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt auch solche, wo man von dem ursprünglichen Motiv fast gar nichts mehr sieht. Oder im Extremfall auch schon mal gar nichts mehr anders zu sehen. Und es gibt ja dann die Motiven, die sind dabei noch? Das liegt daran, was mir das so einfällt. Manchmal geht das schnell und manchmal, ich sammle dann natürlich so, als wir früher in unserem Fall im Keller stehen, manchmal stehen die da auch Jahre, dann kommt der ins Zimmer. Etwas noch nicht so. Ein, zwei, 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 zwei. Ich habe mal uns studiert, aber nicht fertig. und hat dann unmittelbar davor wenig Einfluss gemacht. Klar, ich habe auch mal andere Sachen gemacht, aber das ist ja so. 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 Man muss sich ja dann auch schon ein bisschen anpassen, oder ist das dann immer leider so frei gehandelt? Genau.